Hallo, 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 ja sch*** Alter, wieso klappt das nicht, ah jetzt hier, hallo, ich bin gerade ein bisschen ratlos, weißt du, der ganze Chat, der sagt die ganze Zeit, ihr müsst unbedingt mit dem Spiel, so jetzt ist Trimax, der Hund ist natürlich wieder auf Ego-Tour, der ist gerade die ganze Zeit für 1 gegen 1 am Üben, aber ich dachte mir, wir spielen jetzt trotzdem ein paar Duos, weil Nummer 1, ich brauche ein Video für morgen, ja, Nummer 2, ich würde gerne mal gucken, ob das auch vielleicht mit uns allen hier gemeinsam und dem Lost-Clan etwas ergibt, weil alle Leute sagen, du bist krass, dann machen wir das mal, auf, ich hab gehört, du hast gedacht, ich bin ein Mädchen, nee, 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 Moment, Moment, Das hab ich jetzt, also, das hab ich jetzt nicht gedacht, da, ne, 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 also, moin Leute, nicht Trimaxi, sondern Revi, hallo, wir spielen gemeinsam heute mit Tante Shanti, weil Lost-Clan und alle sagen, wir müssen mal spielen, Tante Shanti, kein Mädchen, Junge, krasser Mobile-Spieler, Alter, auf geht's, hallo, ja, schön, dass du da bist, Mann, ja, Digga, ich hab ne AK, was war's, so, ich muss erstmal wieder reinkommen, die geht, ey, jetzt bitte nicht hier im Chat oder so lachen oder im Video, Leute, wenn ich gerade raus bin, ich hab jetzt erstmal wieder seit 6 Wochen nicht gespielt, seit 6 Tagen, und auch eingespielt bin ich gar nicht, also, Also, lass mal hier ins Nachbaraus kommen, wir müssen mal hier, ah ja, ah ja, guck mal hier, das ist doch meine, oder, da, Gegner in der Mitte, sehr gute Frage, warte mal, wo hängen die denn, oh mein Gott, vor mir, Digga, er hat sich die ganze Zeit hier versteckt, hier direkt bei mir, hab ihn, so, dein Team hat müsste hier auch irgendwo sein, ah, guck mal hier, ein Jakkel, ja, schön, so, mit der neuen Waffe, also, bin ich ein bisschen überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Ja, da müssen wir, wir müssen jetzt hier mal ein paar Leute suchen, ja, kann ja so nicht weitergehen, ja, das ist natürlich jetzt, ähm, auf eine andere Art und Weise belastend, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 14. 14, Alter, krass, und denn einer der krassen Mobile-Spieler Deutschlands, ja, hier ist aber nirgendwo ein Gegner, Alter, und wieso spielst du dann Mobile, wenn es eigentlich blöd ist? Ja, ich hab halt so, von meiner Klasse aus, hab ich halt ein iPad, weil ich in der Schule nur auf iPad arbeite, und ich wollte eigentlich kein Fortnite zocken, hab gedacht, das ist übeles Treckspiel, dann war ich ganz gut, dann hab ich irgendwie einen Monat gezockt, Ach, krass, ah ja, so läuft der Hase, Frage ist halt, wie ernst nimmst du die Schule, ne, ich meine, im Lost-Clan, da ist natürlich Dedication 100%, ne, also, Abschluss darfst du dann nicht machen, ne, so wie Trimax und ich, ach, das würdest du eh nicht schaffen, sagst du? Ja, gut, dann ist ja, dann ist ja Fortnite Main, Alter, dann ist ja egal, Digga, dann ist ja... Boah, 86er-Hit da hinten? Oh mein Gott, Digga, er ist T für seinen Vater, Junge. Ich hab 4 AP, ne, wo ist deine Karte? 3 AP, the dream, Alter, let's go. Einschoss, ich bin down. Oh, der ist tot, richtig geil. Legende. Oh, oh. Lol. Nein! Als ob! Oh mein Gott, nein! Digga, nein! Ich hab sie vergessen! Ja, stark! Ja, nee, geil, geile erste Runde. Stark, Digga. Ja, wo geh mal hin, du? Guck mal, das Haus, was ich da markiere, ich sag's dir, Alter. Das ist das Haus der Träume, Junge. Da werden Träume geboren und groß gemacht, ich sag's dir, Digga. Dann zeig mal hier, Mobile-Legende, was geht ab? Du spielst iPad, ne? Ja. Gibt sich extra so Gaming-Pads, sogar noch so irgendwie von Razer und sowas, so eins hatte ich mal. Aber du spielst ohne Controller auf dem Mobile? Ja, ich hab auch Handy im Video. Krass, Digga, also alles mit deinen Fingern. Ach, guck mal, du bist gar nicht im Haus gelandet, wo Träume gemacht werden. Schau mal. Das ist schon das erste Problem, was wir haben. Ja, Trimax, Trimax hätte ich jetzt schon gesagt. Ah, das geht natürlich nicht weiter. A und O ist immer bei Trimax landen. Ich kann dir nicht helfen. Also, auf. Gut, wir müssen natürlich jetzt auch abliefern, ne? Ohne, dass wir jetzt hier irgendwie was reißen, gehe ich hier nicht nach Hause. Machen wir mal Paradise hier, komm. Auf, das Haus hier, das ist es jetzt. Ich sag's dir, okay? Komm, rein da jetzt. Rein in die Olga, Digga. Rein in die Olga! Digga, Shanti, ich bitte dich. Digga, ich will, dass du jetzt hier komplett on fire bist, ja? Ich möchte, dass du wirklich da rausgehst und jeden Gegner massiv auseinander nimmst, ja? Mit deinem Auto. Digga, mit deinem Auto eben, Digga. Komm, das Haus hier in der Ecke, das ist es jetzt. Okay. Gib mir den Pump gar nicht, ich bin heiß. Auf geht's, Junge. Also, Digga, mein Loot ist mal wieder absolut Cancer, ne? Bei mir Gegner? Hier im Haus drin, ne? Komm mal her. Sein Team halt kommt. Einfach so schaffen, Shanti. Also, was ist da los? Schaffen, Shanti. Also, was ist da los? Hast du. Alter, mein Motor schlägt uns gleich. Sagen wir es so, ne? Letztendlich, ja? Da muss Performance kommen, Shanti. Verstehst du? Ich will auch keinen Druck jetzt hier machen, sag ich mal. Muss natürlich dann auch. Aber es kann immer zu diesen Drucksituationen kommen, ja? Und da musst du da sein. Da musst du abliefern, Shanti. Stell dir mal vor, es ist jetzt WM. Mobile-WM. Wo möchtest du hin? Schön heiß. Welche Scheune nehmen wir? Nehmen wir das Haus? Komm, wohin? 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 Ich bin mir sicher, da steckt eine Menge Potenzial in dir. Aber du musst es entfesseln, weißt du? Das muss da raus, das Potenzial. Ich wäre mal lost. Ne, ne, ne. Du willst lost werden, ja? Und das musst du dir verdienen, weißt du? Hast du den? Ja, natürlich habe ich den. Da kommt einer, da kommt einer. Bleib mal ganz ruhig jetzt, okay? Bleib mal ganz ruhig. Shanti, ich hab dich. Ich hab dich, Dinger. Okay. So, Shanti. Netz auf. So, Shanti. Das wird jetzt unsere Runde hier, okay? Ich hab deinen Rücken, Dinger. Verstehst du, was ich meine, ja? Und es ist natürlich schlimm, wenn ich dich heute mal hochgepackt nehme. Da musst du dir keine Sorgen machen, ne? Ich bin da. Verstehst du? Aber in den wichtigen Momenten musst du auch da sein. Und das erwarte ich jetzt einfach mal, ne? Verstehst du, das ist hier ein Geben und Nehmen. Weil wir alle haben ja schlechte Tage, ja? Und auch Tante Shanti. Das ist nicht zu viel, man sich schämen muss. Frag mal, try mal. Es sind ja immer schlechte Tage, Leute. Oben am Dach, oben am Dach. Von der anderen Seite auch noch sein Mate. Es ist down, Alter. Er ist down, der Schweinehund. Es sind beide down. Hab ich. So, jetzt, jetzt brauch ich, jetzt brauch ich dich. Jetzt brauch ich dich. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich spüren. Der Team-Man ist direkt down, Alter. Er macht nichts, der Schweinehund. Junge. Shanti, guck das dir an, ja? Nimm es in dich auf, die Spielweise. Verstehst du, was ich meine, ja? Das ist kein Standard-Shit, den wir hier spielen. Jetzt nehmen wir diesen Gottverdammten Wind-Kanal hier. Und pasen davon. Ah ja, guck mal hier. Ist nicht schlimm. Passiert. Manchmal fällt man runter. Nein. Wie würde Apache sagen? Kein Problem. Oh mein Gott, wo bist du? Du bist nicht da. Einer ist low, einer ist low. Shanti! 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 Nee! Nee, Shanti, nee! Das geht doch nicht. Das geht doch nicht! Shanti, Alter. Shanti, Mann. Scheiße, Alter. Shanti. Komm, da muss jetzt eine vernünftige Runde. Da muss jetzt eine Runde rumkommen. Was machen wir aus der Situation? Was machen wir? Wir brauchen Calls. Wir brauchen Action. Verstehst du, was ich meine? Wir brauchen Gottverdammt nochmal. Die jetzige Performance ist nicht da. Aber woran hat es gelegen, Shanti? Red mit uns. Offen. Offen und ehrlich. Bist du ganz kurz creative? Möchtest du mir kurz creative zeigen, was du kannst? Komm, schauen wir uns an. Jetzt kommt der Shanti-Move. Na, ich bin einfach nur los. Naja, was ist das denn? Okay, kommst du rein? Bin drin. Ich starte. So. Jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung von 1v1s. Also, das ist nochmal so. Aber du weißt, du schätzt jetzt hier hin, ne? Ja. Dann wache ich hier auf. Dann bleibst du los. Nein, ich sitze. Ja, das ist auf jeden Fall stark. Nice. Keiner versteht, wie ich spiele. Oh, warte mal. Ich habe einen Krümel auf meinem Tastatur-Ding hier. Moment. Okay, go. Hey, ich bin so verwirrt, ne? Scheiße. Nice. Replace. Okay, die müssen euch tun. Hö, ich mach da eben. Junge. Ey, das ist aber jetzt ein Stor. Okay, komm. 1, 2, 3 und go. Ich bin an dem Bauern komplett lost. Ich war auch an dem komplett lost. Das weiß ich nicht. Geht ja nicht. Ah, okay. Ah, Digga. Scheiße. Ich glaube, ich müsste halt einfach nur mal bauen üben, Leute. Das ist es halt. Ja, okay. Nee, 13. Ich habe meistens nur nicht, wo meine Gegner sind. Das hat immer ein Problem. Weil ich rappe auch nicht, wo du bist. Wo bist du? Leute, ich rappe dich nicht. Nicht gesehen. Jö, jö. Hey, geh weg. Ja, Digga. Wie viel AP hast du noch? 13 die ganze Zeit. Möchtest du dich jetzt endlich mal beweisen? Sonst war es das. Das fühlt mir denn. Also das Video ist dann wirklich peinlich. Ja, das Video ist so oder so peinlich. Alle hier in das Haus, Jungs. Alle in das Haus hier. Ich sage es euch. Baby, kommst du mit uns? Ich habe hier gerade jemanden gefilzt. 86er Hit, Alter. Ja, okay. Tanti. Komm, gib mir eine anständige Waffe. Stimmt, stimmt. Geht doch. Es geht doch. Ich sage, ich gebe mir eine anständige Waffe und ich pickne es gar. Hier vorne ist welcher? Garten Bogen. Ca. 3 Schüsse brauchen wir. Hab ihn. Hab den anderen. Er ist low, er ist low, er ist low. Hab ihn, Leute. Shanti, wie sieht es aus? Kills mäßig, ja? Ja, absolut. Null. Null. Ja. Tante Shanti. Er ist low. Hab ihn, easy. Lol, er hat mir beide Kills einfach weggegriht. Und das war auch irgendein. Nie im Leben. Doch. Nie im Leben. Alles los, alles. Ah, nee. Da unten kommt ein Buschanglauf. Ist einer groß. Echt? Nee, scheiß. Nee. Was, Digga? Ich hasse diese Sch*** Granatenwerke. Man kann nichts dagegen machen, Digga. Ey. Als ob. Oh mein Gott. Neun Kills. Tante Shanti, neun Kills. Shanti, möchtest du kurz erklären, wo die neun Kills herkommen? Ja, ich hatte Arbeit. Also würdest du nicht sagen, dass der Großteil davon erstohlen worden ist? Also Shanti, das war jetzt die einzige Runde, wo es tatsächlich funktioniert hat. Ich würde sagen, da müssen wir nochmal eine Session hinten dranhängen, weil das, das reicht mir nicht, Shanti. Da muss ich ehrlich sagen, das reicht nicht. Leute, ich würde sagen, das war's für dieses wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall mal bei Tante Shanti und Südrus vorbei. Bye, bye. 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 Bye.